Dominik Zierski von CapTrader, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung. Sie sehen schon im Hintergrund Urban Jekle und natürlich seine Feierabend-Depot-Strategie. Vielen Dank, dass du mich wieder unterstützt heute und schönen guten Abend, liebe Kunden. Danke, dass Sie so zahlreich dabei sind. Und es geht so los, ich werde zwei Strategien vorstellen. In der Mitte mache ich eine kurze Pause. Zu beiden Strategien gibt es auch ein Angebot. Den Link teilt der Dominik in diesem Fragenfenster. Und ich fange jetzt einfach mal an direkt mit der ersten Strategie, die ich hier vorbereitet habe. Nämlich da geht es um Aktien. Also die erste Strategie geht über Aktien, das Feierabend-Depot und die zweite Strategie geht über Optionen. Da gibt es einen Optionskurs. So, das Feierabend-Depot, erprobte Faktoren für Aktien. Darum geht es im ersten Teil, bevor es losgeht. Und kleiner Risikohinweis, ein Haftungsausschluss. Natürlich sind das alles keine Empfehlungen. Und sie handeln immer auf eigenes Risiko. Und die erste Strategie, die ich hier vorstelle, die habe ich schon 2019 mal in der Börse online vorgestellt. Hier war das damals das Titelbild. Und die ist im Endeffekt fast unverändert so geblieben. Also das Momentum-Prinzip ist so geblieben. Natürlich arbeite ich immer weiter an den Strategien. Das ist das aktuelle Depot. Also da sind mehrere Strategien drin. Das habe ich live gehandelt. Bei CapTrader. Beziehungsweise Interactive Brokers. Was ja eigentlich das Gleiche ist hier. Genau, es läuft jetzt ganz normal. Die Märkte steigen ja auch. Und da profitieren die Strategien ganz gut davon. Aber wichtig, was ich da betonen will bei der Equity-Kurve. 2022 ist nicht drauf. Aber vor allen Dingen niedrige Rückgänge hatten wir gehabt. Also wir haben jetzt zum Beispiel mal Drawdowns von 8% oder so. Und das ist schon ganz nett. Und auch letztes Jahr waren wir ziemlich viel flat 2022, wo die Märkte runtergingen. Das ist ja auch wichtig, dass man da nicht so viel Geld verliert. Und wenn es dann wieder hoch geht, dass man dann dabei ist. Die Strategien beruhen auf dieser Arbeit von diesem Fondsmanager. Balthus und Swingles Pim van Vliet. Die haben 2019 ein Paper herausgebracht. Was sind Faktoren an der Börse, die eine überdurchschnittliche Performance bringen? Also besser als der Markt selbst. Und unser Markt sind die US-Märkte. Als Vergleichsindex nehme ich oft den S&P 500. Und mit welchen Strategien könnte man langfristig den S&P 500 schlagen? Das sagt dieses Paper, was Aktien untersucht hat von 1800 bis 2016. Das sagt, das Beste ist Momentum. Das heißt, Aktien, die einen Aufwärtstrend haben. Und wir werden heute genau untersuchen, wie viele Wochen und Monate da wichtig sind für den Aufwärtstrend. Aktien, die einen Aufwärtstrend haben, performen besser als der Durchschnitt. Und zwar im Durchschnitt um über 7%. Als zweites, das ist keine Überraschung, Dividendenstrategien. Also es lohnt sich, Aktien zu kaufen mit hohen Dividenden. Dann gibt es Saisonalitätseffekte, die wichtig sind. Und dann, was vielleicht viele nicht so auf dem Schirm haben, da gab es ein VTAD-Wort, also so ein Preis. Von dem Verein Technische Analysten Deutschlands 2019. Niedrige Schwankungen sind auch gut für die Anstiege. Dass der Trend sich fortsetzt und dass die Aktien weiter besser sind als der Marktdurchschnitt. Und dann fundamentale Faktoren. Die sind zusammengefasst in diesem Buch hier. What Works on Wall Street oder auf Deutsch die besten Anlagestrategien aller Zeiten. Der beste fundamentale Faktor ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis, aber immer im Zusammenhang mit dem Trend. Übrigens, Kurs-Umsatz-Verhältnis ist besser als Kurs-Gewinn-Verhältnis, weil die Umsätze lassen sich nicht so gut manipulieren wie die Gewinne von Firmen. Aber dieser Autor, schon ist sie, hat gefunden, alle fundamentalen Faktoren funktionieren am besten mit dem Trend zusammen. Also nur billige Aktien zu kaufen, nützt nichts, sondern die Aktien sollten ein Kurs-Umsatz-Verhältnis haben, was günstig ist. Aber gleichzeitig der Aufwärtstrend ist das Wichtigste. Also hier das linke Momentum ist der wichtigste Faktor und darum geht auch diese Strategie heute. Hier noch ein paar Buchtipps für Saisonalitäten. Dieses Buch hier, das ist auf Englisch, hieß es Stock Market Trends und für Momentum vom Andreas Klino, Stocks on the Move. Das ist ganz nett, da wird ja gezeigt, er zeigt, wie er seine Momentum-Strategie umsetzt und wie dann immer wieder Aktien reingehen und rausgehen und wie man das dann über Wochen, Monate erleben kann mit den Gewinnen und mit den Verlusten. Dann kann man das mal verstehen. Aber das Buch, das behandelt hauptsächlich die Phase um 2000 bis 2000, ich glaube 2008 wurde das geschrieben. Aber das war damals so eine Phase, so ähnlich wie jetzt, wo es halt auch die ganze Zeit hoch ging und wo vor allen Dingen noch Momentum-Werte ziemlich gut liefen. So, aber jetzt soll es allgemein noch um Faktor Investing gehen. Wie setzt man sowas in die Praxis um? Also wenn man jetzt solche Sachen hat, man weiß jetzt Momentum-Aktien im Prinzip bringen eine Outperformance oder die Saisonalität oder niedrige Schwankungen. Und wie findet man dann solche Aktien? Und das mache ich mit der Software Ami Broker, indem ich quasi jeden Tag auf Tagesbasis solche Listen von Aktien ein Ranking erstelle. Also es sind über 1500 Aktien, auch die aus der Vergangenheit drin, die jeweils in den Indizes drin waren und die werden jeden Tag gerankt nach bestimmten Faktoren. Dann drücke ich einen Knopf und dann werden zum Beispiel in der Strategie Momentum, die ich heute zeige, die obersten 5 gekauft. Und im Feierabend-Depot sind es halt 3 mal 5 für 3 Strategien und die teile ich dann den Kunden mit. Aber heute schauen wir ganz genau auf den Faktor 1 Momentum, was da bestimmte Parameter sind, die profitabel sind und warum das überhaupt funktioniert. Gewinner bleiben Gewinner. Da gab es mal eine Untersuchung. Wieder in einem Paper. Das Paper hieß Momentum Crash. Das heißt, die Autoren haben eigentlich untersucht, in welchen Phasen hat Momentum nicht so gut funktioniert und sie haben gefunden, dass es meistens gut funktioniert hat. Also wir sehen hier abgebildet in Rot, wenn wir immer die schwächsten Aktien der letzten 6 Monate gekauft hätten. So ist eine Supermarkt-Mentalität, wenn man denkt, okay, einen Artikel, den will ich schon die ganze Zeit haben und jetzt ist er günstig und jetzt kaufe ich den. Und bei den Aktien sind es dann halt Aktien, die ja im Kurs gefallen sind. Und wenn man das die ganze Zeit macht, dann verdient man kein Geld, sondern aus einem Dollar bleiben dann am Ende nur noch 4 Cent übrig. Und die blaue Kurve ist die, wenn man immer die stärksten 10% gekauft hätte. Also Gewinner bleiben Gewinner. Wenn man wirklich jetzt zum Beispiel hergeht und solche Werte kauft, wie Meta, wie Amazon, wie Adobe, wie sie alle heißen, die ganzen Momentum Aktien, dann würde man auf Dauer wirklich mehr Geld verdienen, als wenn man die ganze Zeit jetzt zum Beispiel Silberaktien kauft, obwohl die Silber langfristig aussichtsreich sind. Aber das kann vielleicht einfach mal noch 1-2 Jahre dauern und dann wäre man da zu früh. In der Mitte zum Vergleich der Gesamtmarkt und hier so der risikolose Zins, das war im Jahr 2016, also noch bevor diese inflationäre Phase kam, sonst wird es hier ein bisschen höher gehen. Wichtig ist auch, was man handelt. Also deswegen ist auch CapTrader ein wirklich guter Broker, weil es ein US-Broker ist. Und die höchste Liquidität weltweit liegt in den USA und CapTrader hat die besten Ausführungen, was Bid Ask Grades betrifft und auch was sowas betrifft wie Handelskosten. Und deswegen handelt auch das Feierabend Depot nur US-Aktien. Wir sehen hier, wenn wir US-Aktien handeln mit höherer Liquidität, wenn die Kosten niedrig sind, dann kriegen wir die beste Performance. Wir haben uns also hier zum Beispiel in dem Beispiel über 20% pro Jahr Rendite, während wenn wir zum Beispiel Aktien kaufen würden, Restwelt, zum Beispiel Europa oder Asien, die nicht so liquide sind wie die US-Aktien, dann sind die Kosten höher und auf Dauer summiert sich das. Und dann bekommt man schnell mal 5 oder 10% Rendite pro Jahr weniger. Also der Broker ist ganz wichtig. Zum Parameter, wenn wir jetzt Aktien kaufen, die stark gestiegen sind in letzter Zeit, in welchem Zeitraum sollen die eigentlich gestiegen sein? Und da gibt es verschiedene Literatur, wo es schon nicht sieht, das war der vom Anfang mit diesen besten Anlagestrategien aller Zeiten. Er arbeitet mit einem Jahr, das sind 252 Tage, weil das sind nur Handelstage. Und Kirk Patrick, ein anderer amerikanischer Fondsmanager aus den 90er Jahren, er arbeitet mit 100, also gerade die Hälfte von 252, das sind ungefähr 170 Tage, 175 Tage. Und Andreas Klino mit dem Buch Stocks on the Move, er arbeitet mit 90 Tagen. Wir sehen, das ist schon etwas schlechter. Also auch manche Kunden von mir haben schon vorgeschlagen, dass man eher mit kurzfristigeren Trends arbeitet. Also wenn eine Aktie zum Beispiel die letzten zwei Monate stark gestiegen ist, aber der Vorhalt nicht so gut war, die dann zu kaufen, bringt schon Rendite, zum Beispiel hier 12% im Schnitt. Aber besser ist Aktien zu kaufen, die so ein Jahr gestiegen sind. Und wir sehen jetzt ein ziemlich hohes Plateau hier. Auch wenn die so zwei Jahre gestiegen sind, ist es auch noch besser als dieses ganz kurzfristige. Wo liegt ein sinnvoller Stopp? Also wenn wir so Aktien über Wochen und Monate halten, die dann immer weiter steigen, dann gibt es durchaus zwischendrin mal Rückschläge. Nvidia zum Beispiel kam bei ungefähr 500 Dollar ins Feierabend-Depot, ist zwischendrin mal bis auf 400 Dollar zurückgefallen. Das waren ja schon 20% Stopp. Und so bei 20% haben wir auch ungefähr unsere Stopps. Ich mache jetzt übrigens mal meine Kamera mal aus, damit es nicht immer so einfach vor der Präsentation steht. Die mache ich nachher wieder an. Also Nvidia zum Beispiel, so stark schwankende Werte, die brauchen um die 20% Raum. Das muss man ertragen können zwischendrin, wenn man solche langen Trends mitmachen möchte. Wir sehen im Backtest hier alles, was unter 15% Stopp ist. In dem Fall ist es ein Trailing-Stop. Aber das gilt auch für den Initial-Stop, den man am Anfang hat. Alles, was unter 15% ist, zersägt hier den Gewinn. Und dann kommt man sogar in einen Verlust. Wenn man zum Beispiel so ganz enge Stopps nimmt, ist klar, weil dann kommt man einfach gar nicht in einen Trend rein. Man wird die ganze Zeit ausgestoppt. Also am besten über 20% der Aktie Raum lassen. Und wenn man die 20% Verlust nicht ertragen kann, dann lieber am Anfang geringere Positionsgrößen. Und die dann da dafür durchhalten. Das ist besser als zu hohe Positionsgrößen und zu enge Stops. Wie lange wirkt eigentlich Momentum? Also wenn wir jetzt so eine Aktie gefunden haben, die zum Beispiel 6 Monate gestiegen ist. Wie lange wirkt dann das Momentum? Das hat Kirk Prattig untersucht. Der hat 8000 Wess-Aktien untersucht im Zeitraum 1982 bis 2008. Obwohl das jetzt 18 Jahre her ist, ist es sicher immer noch gültig. 16 Jahre, Entschuldigung. Ist es bestimmt immer noch gültig für heute. Also wenn die Aktie 6 Monate gestiegen ist, dann ist sie 3 Monate später, sind immer noch die Gewinner hier oben und die Verlierer hier unten. Also die Gewinner sind immer noch die Gewinner, die Verlierer, die Verlierer. Der Slope, also die Steigung ist hier 0,3. Das heißt, es ist relativ stark zum Vergleich. Nämlich hier, nach 6 Monaten sind immer noch die Gewinner vorne und die Verlierer hinten. Aber die Steigung ist nur noch 0,07. Vorher 0,3. Also der Effekt ist viermal schwächer. Also die ersten 3 Monate ist noch gut. Nach 6 Monaten schon fast nicht mehr. Und nach 12 Monaten ist Ende. Da ist es dann einfach nur statistisches Rauschen. Im Endeffekt, was bedeutet das? Das bedeutet nicht, dass eine Aktie nicht länger als 3 Monate steigen kann. Aber es bedeutet, dass man immer mal wieder drauf schauen muss. Also man muss, im Prinzip, ich schaue jeden Tag drauf für meine Abonnenten vom Feierabend-Depot. Aber wenn Sie selber Aktien haben, alle paar Wochen reicht oder 1, 2 Monate Abstände sind auch okay. Aber Sie müssen immer mal wieder drauf schauen. Weil sonst sind immer mal die Trends zu Ende. Die Aktie dreht um und es sind andere Aktien besser. Und dann müsste man die rauswerfen. Weil nur die ersten paar Monate hat man da so einen statistischen Vorteil. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der Physik. Wenn man so ein Auto anschubst, zum Beispiel. So ein Spielzeugauto. So weit wie man das anschubst, so weit kann es hinterher rollen. Ja, weil über die Reibung stoppt es ab. Und das kann einfach nicht beliebig weit rollen. Wenn ich 6 Monate einen Trend habe, warum soll er dann nachher über 3 Jahre anhalten? Kann passieren. Aber statistisch muss man immer wieder nachschauen. So, das waren erstmal so ein paar Parameter für Momentum. Und jetzt ist wichtig, es gibt noch einen zweiten Faktor. Den ich auch in meinen Strategien benutze. Und das ist die kleinen Schwankungen. Also ein Trend ist gut. Aber noch besser ist, wenn der Trend sehr schön stetig abläuft. Und nicht so mit riesigen Schwankungen. Und dazu gibt es zwei Arbeiten. Einmal dieses Buch, wieder vom Pimpfanflied. Wo diese Kurve da draus ist. Komme ich gleich drauf. Und dann zum anderen von zwei deutschen Vermögensverwaltern. Die haben den VTAD Award 2019 gewonnen. Momentum versus Volatilität. Und im Endeffekt haben sie gefunden, dass Aktien, die steigen, aber gleichzeitig weniger schwanken, besser sind als Aktien, die einfach nur steigen. Und das gleiche sagt auch dieses Buch. Und das Buch habe ich für Sie zusammengefasst. Weil das ist eines von der Sorten Bücher. Man kann das lesen. Aber im Prinzip reicht diese eine Seite. Und auf dieser einen Seite steht, oben sind die Aktien, die gestiegen sind mit niedrigen Schwankungen. Und wir sehen richtig schön, wie die Gewinne, Gewinne, Gewinne machen seit 1929. Hier war dieser Crash, dieser legendäre 1929er Crash. Damals sind die Notenbanken nicht zur Hilfe gekommen. Und das hat bis nach 1933 gedauert, bis die eingesprungen sind. Da ist ja ziemlich viel auf der Welt gebrochen, zum Beispiel. War nicht ohne Grund auch die Phase, wo die danach zum Beispiel den Golfstandard eingeführt haben. Wo bei uns die Nationalsozialisten an die Macht gekommen sind und, und, und. Aber es ist eine andere Geschichte. Hier unten sind die Aktien, die mit hoher Volatilität. Und wir sehen, die niedrigen Volatilen schlagen die. Und es sieht so aus, als wäre der Unterschied nicht so groß. Aber hier ist eine logarithmische Skala. Das heißt, immer ein Faktor 10 dazwischen. Sie sehen hier 10.000, 100.000. Und das ist noch mehr als 10.000. Das ist ein Faktor 18.000, das steht da unten. Also niedrige Schwankungen lohnen sich. Wenn wir die beiden Faktoren, also hoher Trend, niedrige Schwankungen, in eine Strategie einbauen, hier nochmal zur Zusammenfassung. Also wir nehmen die beiden Faktoren, hohes Momentum und niedrige Schwankungen. Und bauen damit eine Strategie. Dann finden wir solche Werte, wie zum Beispiel Meta. Die kamen hier am 12. November ins Feierabend-Depot. Weil die hier circa 10 Monate einen schönen Aufwärtstrend hatte. Und weil sie relativ niedrige Schwankungen hatte. Und dann ist sie stärker gestiegen. Und jetzt ist sie ja vorletzten Freitag, ist sie hier um 20% gestiegen an einem Tag. Und das war der höchste Börsenzuwachs von der Marktkapitalisierung in der Geschichte. Überhaupt. Ich glaube, die hat 200 Milliarden an Börsenwert dazu gewonnen an einem Tag. Mal als Vergleich. Deutschland hat 2 Billionen Schulden. Das heißt, Meta hat an einem Tag 200 Milliarden an Börsenwert gewonnen. Also 10 Mal diese Aktion und dann wären unsere Schulden weg. Wenn man sich das mal vorstellt, wie mächtig groß diese Hightech-Firmen sind. Aber jetzt zurück zu der Strategie. Also hier sehen wir, jetzt wäre es kein Kaufsignal mehr im Moment. Weil die Volatilität, die Standardabweichung jetzt hier schon zu hoch wäre. General Electric wurde hier gekauft am 18. Mai. Weil es einfach auch einen ganz schönen langen Aufwärtstrend hatte. Und auch die Schwankungen. Aber man sieht es auch, das hat einen richtig schönen Trend. Und die ist jetzt immer auch höher noch gegangen. Eli Lilly wurde hier im Dezember gekauft. Auch wieder das gleiche. 10 Monate getrennt und eine tiefe Volatilität. Und wir schauen mal, hier war ja wo der Einstieg. Das ist jetzt nicht so wichtig, ob das da war oder da. Das geht immer nach der Liste, wann wieder irgendeine Aktie rausfliegt aus den oberen. Dann muss ja wieder Platz geschaffen werden für den Neuen. Und dann gab es hier diesen Einstieg. Und das hat so ein bisschen gedauert. Und irgendwann mal ist sie dann gestiegen. Ich glaube, jetzt ist sie sogar noch einen Tick höher. So, das waren so ein paar Beispiele. Und die Ausstiege von der Strategie, die funktionieren so. Also wir haben hier zum Beispiel bei dieser Momentum-Strategie 5 im Depot. Ganz am Anfang kauft man die Top 5. Aber mit der Zeit bleiben die ja nicht in den Top 5. Dann verkauft man die aber nicht, wenn die auf 6 fällt. Weil sonst gäbe es die ganze Zeit eine Reihen raus. Weil die Aktien, es gibt ja immer wieder verschiedene Aktien, wenn die in den letzten 10 Monaten stark sind oder stärker. Und deswegen schmeißt man die erst raus, wenn die irgendwo auf Platz 50 oder irgendwo was fallen. Und sobald dann eine rausfliegt, dann nimmt man halt wieder von oben her neue. Und wenn es keine neuen Signale gibt, dann kriegen meine Abonnenten trotzdem immer so eine Liste von den Top 15. Und könnten sich auch andere Aktien daraus nehmen. Und wenn man das systematisch macht, also jeden Tag, schalte ich den Rechner an, gucke welche da rausfliegen. Der Kunde muss nichts machen. Der Kunde kriegt dann einfach eine E-Mail. Alle paar Wochen fliegt da halt so eine Aktie raus. 22 Trades pro Jahr. Das heißt, 2 pro Monat ungefähr. Typische Haltedauer sind 70 Tage. Und dann kommt die Strategie auf 23% pro Jahr. Man muss aber ein bisschen relativieren. Viel von den 23% war diese Extremphase hier. 1997 bis 2000. Und auch hier diese Corona-Phase 2020, 2021. Und seit dem Jahr 2000 war es 16% pro Jahr. Das ist eher so eine realistische Zahl. Und wir sehen im Moment, also letztes Jahr, 27% war sehr schön. Und vor allem vorletztes Jahr, da haben wir wenig verloren, weil es gab hier am Anfang Verluste. Und dann war die Strategie aber hier die ganze Zeit aus dem Markt. Und letztes Jahr war ein gutes Jahr. Und dieses Jahr ist sie auch schon wieder 10% vorne. Und dazu gibt es ein Sonderangebot. Ich glaube, das teilte Dominik in dem Chat. Genau. Habe ich gecheckt. Gecheckt. Ich packe es direkt gleich noch mal rein. Vielleicht erlaubst du dann in dem Zuge direkt mal eine Frage vom Jörn. Und zwar fragt der Jörn, was ist denn mit den Earnings? Aktien halten? Ich weiß ja nicht, was kommt. Also sind Earnings überhaupt eine Sache? Oder sagst du, nee, einfach so wie ich es mitgekriegt habe, einfach der Strategie blind folgen? Und Earnings sind egal, denke ich mal. Oder richtig falsch? Richtig, die sind egal. Wir haben ja gesehen, zum Beispiel bei Meta, die Aktie war im Feierabend-Depot, dann kamen die Earnings. Und dann war es richtig gut. Andererseits hatten wir letztendlich eine Aktie drin, GEN, G-E-N. Und da kamen auch Earnings und dann ist die Aktie erst mal direkt 17% gefallen. War halt dann noch nicht am Stopplus zum Glück und ist jetzt immer noch mit 11% im Minus. Man muss halt das Ganze betrachten in einem kompletten Money-Management-Schema. Also wir haben dann 15 Aktien und da muss man dann schon sehen, wenn man die Earnings weglassen würde, ich glaube, dann würde man sich sogar beschneiden, weil man hat gesehen, was die letzten Wochen, Monate eigentlich los war, gerade mit diesen Küsschen-Intelligenz-Aktien. Das waren ja meistens gerade die Earnings, wo die nach oben ausgebrochen sind. Und meistens gerade so Aktien, die hier gefunden werden, die steigen ja immer so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Und wenn die schon so am steigen sind, dann liegt quasi, manche Marktteilnehmer wissen da ja mehr als andere. Momentum ist halt ziemlich gut da drin, das zu antizipieren, ohne dass man es kennt. Und wenn dann die Bombe platzt, dann geht es entweder hoch oder es geht manchmal auch runter, aber in der Mehrzahl der Fälle geht es eher hoch. Und bei den Strategien werden die Earnings bewusst nicht weggelassen, sondern sind eher sogar zu begrüßen. Aber die Strategie, die schaut nicht nach Earnings, die schaut einfach nur nach den Kursen, wie die sich entwickeln, dass die Aktien steigen unter niedrigen Schwankungen. Der Gregor und der Roland, die wollen es ganz genau wissen, was deine Folge angeht. Und zwar, der Roland fragt nach dem, welchen Volatilitätsindikator verwenden sie? Ich nehme mal den WIX auf den S&P oder nimmst du doch was anderes? Ne, das sind so ganz gängige. Also man kann den Average True Range nehmen oder einfach die Standard Deviation. Aber die genauen Parameter verrate ich tatsächlich nicht, weil ich forsche auf dem Thema schon seit 25 Jahren ungefähr. Ich habe ja auch zwei Bücher darüber geschrieben. Und also da bitte ich um Verständnis. Das ist ja mein ganzes Geschäftsmodell im Endeffekt, dass ich jetzt da nicht genau die exakten Parameter teile. Und für meine Feierabend-Depot-Kunden, ich glaube, die meisten kennen die eh schon einigermaßen, weil die Frage auch immer wieder kommt und natürlich, also wenn sie es jetzt programmieren wollen, Average True Range oder Standard Deviation, muss man nehmen, weil der WIX ist ja allgemein für den Gesamtmarkt, der Volatilitätsindikator. Wir brauchen ja für die jeweils individuelle Aktie einen Volatilitätsindikator. Aber da kann man ganz gängige einfach nehmen. Das ist jetzt auch kein S&P. Stimmt, da stand ich A auf den Schlauch und B will es natürlich alles teilen. Der Gregor hat eine Frage, ob du da die Währungsschwankungen mit einpreist. Also sind das einfach die Dollar-Ergebnisse von den US-Aktien oder rechnest du das noch einmal um in Euro? Also hier dieses Depot habe ich in Euro geführt und ich habe die letzte Zeit das nicht mehr gehadget gegen die Währung, weil der Euro läuft relativ parallel zum Dollar und das heißt, hier kann es durchaus Währungsschwankungen haben. Aber ich finde hier besser, das einfach das Reale zu zeigen, als irgendwelche Backtests, weil das ist halt wirklich gehandelt. Und genau. Dann der Alexander, der hätte wahrscheinlich direkt einen Private Talk hier mit dir. Der hat hier direkt eine spezifische Frage. Und zwar, hast du mal probiert, Momentum bei Analyst-Ratings Änderungen zu testen, eventuell auf Sektorgebene statt individuelle Aktien? Also kaufe, welcher Sektor-Aktie hat die meisten positiven Analysten-Upgrades? Nee, das habe ich noch nicht getestet. Wir sind hier auch in einem Thema dann drin, fundamentale Backtests. Und ihr könnt mir wirklich glauben, diese rein technischen Backtests, die ich hier durchführe, da habe ich ja zum Beispiel schon allein die Datenkosten 3000 Dollar pro Jahr von dem Datenanbieter Norgate aus den USA. Die müssen alle Aktien enthalten, die in den Index-Tests drin waren, zu dem jeweiligen Zeitpunkt, wo ich die Tests mache. Und wenn man jetzt zum Beispiel sowas backtesten möchte, was da gerade der Kunde gefragt hat, das wäre, das kann man eigentlich, da muss man einen Datenanbieter finden, der ja diese ganzen Daten drin vorhält. Und den Datenanbieter, den gibt es einfach nicht so einfach. Beziehungsweise, also, nee, das habe ich noch nicht getestet. Und ich glaube, also, selbst diese ganzen Backtest-Gurus da, die diese Bücher geschrieben haben, auch schon ist sie und so, selbst die haben nicht solche Tests gemacht. Wenn sie da jemanden finden, der das gemacht hat, können sie mir gerne eine E-Mail schreiben, können wir da die Diskussion noch weiterführen. Alles klar. Ja, dann machen wir ruhig weiter. Okay. Die Fragen sind erstmal geklärt. Alles klar. Zu dem Feierabend-Depot wollte ich nur noch mal kurz vorstellen, was da eigentlich alles drin enthalten ist. Also, wir machen jedes Monat ein Meeting, wo jeder Kunde die ganzen, alle Fragen stellen kann. Also, ähnlich wie heute, nur halt noch genauer, wie ich da drauf eingehe, auf die ganzen Positionen. Und jeden Sonntag gibt es auch hier so einen Börsenbrief, der dann so aussieht, wo ich dann zum Beispiel, solche Sachen diskutiert, das, was ich vorher gesagt habe. Größte Ein-Tages-Gewinne oder zum Beispiel, dass im Moment, wie viel Gier ist im Markt. Oder zum Beispiel sehen wir hier ein S&P 500 gegen den chinesischen Markt oder weltweite Schulden in US-Dollar, wo ich immer so einen kleinen Marktausblick noch bringe und natürlich immer die aktuellen Aktien. Und im Moment können Sie es jetzt halt gerade mal testen für 1 Euro und dann die Folgemonate 39 statt 49 und Sie können sie jeden Monat kündigen. Das wollte ich noch sagen. Und jetzt komme ich zum zweiten Teil. Zu den Optionen. So, jetzt machen wir die Kamera aus. Okay. So. Also diese Strategien, die sind ein bisschen komplizierter, weil es geht halt um Optionen. Und da gibt es erstmal einen eigenen Disclaimer bei Optionen. Wenn wir Optionen verkaufen, dann sind wir ja Stillhalter. Und das heißt, man kann da mehr Geld einverlieren, als man Kapital auf dem Konto hat. Das heißt, wenn man mit Optionen handelt, dann sollte man sich ganz genau auskennen. Ich gehe aber nochmal zurück. Hierher. Aber ich habe hier so einen Optionskurs. Also zum ersten Mal, ich fange mal hier an mit meinem Depot. Das handle ich bei CapTrader. Da bin ich jetzt bei 54.000 Euro. Und ich habe angefangen im Mai 2022, also noch weniger als zwei Jahre, mit 30.000 Euro. Und diese Methode, die ich hier handle, die teile ich in dem Videokurs. Und Sie können mit CapTrader das umsetzen. Das heißt, dieses Layout, so wie das hier aussieht, das heißt, all solche Sachen, Cushion oder Maintenance Margin oder hier jede Spalte oder alles, was ich hier angelegt habe, bekommen Sie dann übermittelt. Das kann man nämlich einfach so machen. Mit Layout Settings kann man hier speichern. Und dann kann ich Ihnen diese Layout Settings schicken. Und dann haben Sie ganz genau das gleiche Layout wie ich. Und dann ist es noch besser bei CapTrader. Hier handle ich real. Aber man kann bei CapTrader auch im Paper Trading Modus traden. Und also ich weiß gar nicht, wie viele Optionskurse das es gibt und wie viele Broker, die das anbieten. Und CapTrader bietet es wirklich wunderbar an, dass man da quasi ohne Risiko handeln kann. Jetzt zeige ich Ihnen wirklich erst mal, wie die ganze Strategie gelaufen ist. Also die aktuelle Performance. Und wie gesagt, um das zu lernen, ist es so, dass Sie das wirklich erst mal im Paper Trading Modus machen können. Also Sie müssen nicht direkt diese hohen Risiken eingehen, sondern Sie lernen erst mal die Strategien und handeln die ganze Zeit einfach auch nur auf dem Paper Account. Das habe ich jetzt zum Beispiel meinem Sohn gerade beigebracht. Der ist 23, der studiert Medizintechnik. Eigentlich hat er gar nicht so viel Zeit, aber da habe ich ihm gesagt, probiere doch mal meinen Videokurs. Der hat jetzt gehandelt im Paper Trading Modus und jetzt ist er irgendwann mal so weit, dass er dann anfangen kann, live das umzusetzen. Natürlich hat er hier natürlich auch durch mich Unterstützung. Aber das ist wirklich super bei CapTrader, dass sowas geht, dass man das wirklich einfach mal monatelang, so lange, bis man sich sicher fühlt, einfach probieren kann. Und die Strategien, das sind einfach zwei Strategien, die zeige ich gleich. Die haben ganz klare Regeln. Also es gibt viele Anbieter von Optionsstrategien und ich weiß nicht, inwieweit sie denen folgen. Das hört sich immer alles plausibel an, aber viele geben wirklich die Regeln nicht so klar rüber, dass man sie wirklich umsetzen kann. Und ich gebe wirklich hier ganz genau so Checklisten von den Strategien, dass man es genau eins zu eins umsetzen kann. Und ich habe auch Backtests dazu, zu den Optionsstrategien, die die Parameter unterstreichen. Okay, jetzt sind wir hier. Und jetzt wollte ich Ihnen einfach mal zwei gute Bücher noch mit an die Hand geben. Die sind ganz gut als Ergänzung zu meinen Strategien. Also wenn man zuerst den Videokurs macht, dann versteht man die Bücher noch besser. Wenn man einfach die Bücher liest, dann hat man schon mal sein Verständnis, wie Optionsstrategien funktionieren. Aber es fehlen diesen Büchern halt die konkreten Strategien. Also welche Putze verkaufe ich jetzt auf welche Aktien usw. und wann mache ich das am besten. Aber das sind trotzdem gute Bücher, um das zu lernen. Ein Kunde von mir hat gesagt, die englische Version ist besser von der Julia Spina, da gehe ich mit. Aber immerhin, es gibt das Buch auf Deutsch. Seit kurzem, wirklich, glaube ich, seit einem halben Jahr oder so. Und das deutsche Buch ist auch wirklich gut. Und dann gibt es noch ein zweites Buch hier, Trade Options with an Edge. Da kann man eigentlich so acht Seiten draus nehmen und hat auch eine schöne Zusammenfassung. Aber dieses Buch, wer jetzt Anfänger ist und nicht gerade so einen ganzen Options-Videokurs kaufen will, kann erst mal da anfangen, sich da reinzulesen. Und ich habe jetzt mal ein paar Seiten aus den Büchern kopiert, hier von dem Dr. Russell Richards. Drei wichtige Faktoren für den Optionshandel. Das erste ist Liquidität. Da sind wir wieder bei CapTrader. Wir haben US-Aktien mit hoher Liquidität. Und nehmen da zum Beispiel hauptsächlich Werte aus dem Nasdaq 100 oder S&P 500, die ausreichend liquide sind. Das ist sehr wichtig. Da denkt man am Anfang nicht dran, aber in der Realität ist das sehr wichtig, dass man eine hohe Liquidität hat, um dann gute Kurse zu bekommen. Dann, unser größter Vorteil, wir profitieren über den Zeitverfall, weil wir verkaufen die Optionen. Das heißt, wir sind wie so ein Versicherer. Auf der anderen Seite sind Trader, die haben zum Beispiel Aktien im Depot und die kaufen Puts, um ihre Aktiendepots abzusichern. Und wir verkaufen denen diese Puts. Wichtig, das sind Puts, also Put-Optionen und nicht Put-Option-Scheine, weil wir handeln mit CapTrader direkt an der Börse. Und der dritte Faktor, das ist die implizite Volatilität. Also wenn die Aktien oder auch die Indizes hohe Volatilität haben, das kann man sich so ähnlich vorstellen, wie wenn man zum Beispiel ein Versicherer ist und wenn wenn jemand eine Altersgruppe viele Unfälle baut, zum Beispiel junge Fahrer, dann müssen die höhere Versicherungsprämien bezahlen. Und wir leben ja von den Prämien. Das heißt, wenn die Schwankungen hoch sind, wenn der Markt Angst hat, dann verdienen wir mehr Geld. Und statistisch betrachtet, ist die Angst meistens unberechtigt und sie geht wieder zurück. Und vor allen Dingen ist es besser, in Phasen von so hoher Volatilität unsere Geschäfte zu machen, weil das Allerschlimmste ist, wenn die wenn der Markt ganz ganz ruhig ist, wir bekommen wenig Prämie und dann explodiert der Markt. Weil und von der Wahrscheinlichkeit ist es genauso häufig oder sogar noch häufiger, wenn alles ruhig ist, die Ruhe vor dem Sturm als direkt in den Sturm rein zu gehen. So, jetzt noch ein paar Seiten aus dem Buch von der Julia Spina. Also gute Parameter sind wichtig, zum Beispiel, einfach mal so ein Beispiel, was da drin steht, was auch in meinen Strategien drin sind, dass man Trades so ungefähr, wenn man so 60, 70 Tage Restlaufzeit die Optionen schreibt, dass man die nach 30 Tagen wieder schließt. Also wir halten die nicht bis zum Schluss und das kann man statistisch untermauern, dass das was bringt und deswegen habe ich das zum Beispiel drin, also einen Parameter. Dann natürlich ganz, ganz wichtig, die Positionsgrößen sind wichtig, weil das ist das Einzige, was man beim Kauf steuern kann, wenn man da überhebelt hat und dann laufen die Märkte gegen einen, dann ist es bei Optionen natürlich noch wichtiger als bei Aktien, dass man da halt das vernünftig aufgebaut hat. Und wir schauen einmal auf ein paar aktuelle Positionen. das ist das Depot von heute, was ich auch gerade gezeigt habe, das ist allerdings ein Screenshot von 15.25 Uhr, also kurz bevor die US-Märkte aufgemacht haben, darum fehlen da auch noch die Preise. Aber wir sehen, im Moment habe ich drei Steuern Puts laufen, also auf die Aktie AMD, CrowdStrike und Snow, habe ich jeweils einen Put verkauft und das ist die Strategie Nummer eins, also einfach Puts verkaufen, aber nicht einfach irgendwelche, sondern wir suchen ganz bestimmte Aktien mit bestimmten Laufzeiten und hauptsächlich die eine hohe implizite Wohlergerade haben. Und die zweite Strategie sind Shorts Strangles, also es ist genau gleich wie die Short Puts, nur jetzt auf Indizes, zum Beispiel auf den Russell 2000 und auf Rohöl, aber hier verkaufen wir einen Put und wir verkaufen auch einen Call gleichzeitig. Das heißt, das ist dann symmetrisch aufgebaut und wir gewinnen auch nach oben, also wenn die Märkte im Endeffekt einigermaßen seitwärts laufen, gewinnen wir. Während bei den Puts, bei den Aktien gewinnen wir, wenn die steigen, wenn die seitwärts laufen oder leicht fallen. Warum gehen wir bei den Indizes auf beide Seiten, aber bei den Aktien nur auf die Short Seite, das liegt da dran, weil Aktien können nach oben sehr stark explodieren, also wir haben es ein paar Mal erlebt, zum Beispiel Meta mit den 20% Plus oder auch Nvidia oder es gab mal die Volkswagen Aktie vor 10 Jahren, da war diese Geschichte mit Porsche, mit der Übernahme und dann ist die Aktie explodiert. Wenn man dann einen Call verkauft hat, dann war man extrem im Risiko und da sind Leute wirklich pleite gegangen und damit das nicht passiert, machen wir sowas nur mit den Indizes, weil Indizes, der Rassel, der ist mal im November oder so, auch mal 6 oder 8% an einem Tag gestiegen, aber das ist sehr sehr selten und so Indizes steigen nicht um 20% für einzelne Aktien oder sogar 100%, deswegen kann man das bei den Indizes machen und bei den Aktien nicht und auf die Short Seite können die theoretisch auf 0 fallen, aber das ist sehr sehr unwahrscheinlich, weil das hochliquide Werte sind und wir haben ja unsere Stops und unsere Kursziele aus der Statistik festgelegt also Strategie 1 wir verkaufen Puts verkaufen Versicherungen es muss sich lohnen also die Aktienauswahl ist wichtig ich habe jetzt mal das Beispiel CrowdStrike und wir sehen warum ich diese genommen habe für meinen Shortput der hat erstens einen schönen Aufwärtstrend und wir wissen ja von der Momentum Strategie Trends setzen sich meistens fort wenn sich der Trend fortsetzt dann zerfällt dieser Put einfach wertlos und ich habe die Prämie kassiert aber viele glauben wenn Aktien stark steigen dann fallen sie auch wieder stark und die Statistik zeigt dass es häufiger mal einfach in so einer Seitwärtsphase endet und dann kassieren wir auch die Prämie das einzige was schlecht ist wenn die Aktie jetzt massiv fällt dann müssen wir sie halt mit einem Verlust verkaufen wir haben hier so einen Stopp von 200% und wir sehen dadurch dass jetzt die Volatilität gestiegen ist wenn jetzt hier die Option zum Beispiel 3 Dollar gekostet hätte dann kostet es jetzt schon 5,5 weil die Wohleis von 30% auf 55% gestiegen das heißt wir kriegen jetzt gerade doppelt so viel Prämie als wenn wir das hier gemacht hätten und deswegen lohnt sich das von der Prämie her also die erste Strategie waren einfach Short Puts und die zweite Strategie sind Short Strangles wo wir also einen Put und einen Call verkaufen und warum habe ich jetzt den Rassel genommen da sehen wir hier den Volatilitätsindex auf den Rassel 2000 und wir sehen dass die Volatilität im Moment höher ist als der Durchschnitt übrigens hier war die Bankenkrise letztes Jahr da war es extrem hoch wenn wir in eine hohe Volatil reinschreiben dann bekommen wir noch mehr Prämie und deswegen lohnt sich das jetzt bei dem Rassel zu machen und beim S&P 500 übrigens nicht weil der Wix ist relativ tief und beim Rohöl sehen wir wir haben hier auch noch eine relativ hohe Volatilitäts verglichen zum letzten Sommer und die Volatilität fällt das heißt die Prämien schmelzen auch dahin und wenn einfach der Ölmarkt so weiter seitwärts geht dann verdienen wir auch Geld das heißt die Statistik ist auf unserer Seite zu diesen Optionen habe ich einen Videokurs und ich mache auch ein Seminar am 31. Mai und da gibt es noch einige Plätze da gehe ich auf diese Themen ein das kostet 850 Euro von das wird den ganzen Tag statt finde insbesondere geht es um ziemlich viel Praxis also mit Cap Trader werden wir arbeiten an ihren PCs und das sind die ganzen Themen Anmeldung bitte per Mail aber wenn sie nicht so lange warten möchten gibt es vor allen Dingen den Videokurs und da gehe ich mal kurz drauf ein der kostet normalerweise 790 Euro aber jetzt habe ich ein Angebot für eine Woche für 590 Euro wenn sie hier auf die Seite gehen der Dominik teilt es gleich und dann den Gutscheincode CapTrader hier eingeben dann bekommen sie 200 Euro Rabatt und wie ist dieser Kurs aufgebaut die beiden Strategien die zeige ich hier direkt und das heißt wenn sie schon erfahren sind können sie einfach direkt die Strategien lernen und die ganzen Parameter und wenn sie eher Neuling sind dann bekommen sie hier die ganzen Grundlagen gezeigt für den Auktionshandel und vor allen Dingen die Handelsplattform wird erklärt also Handelsplattform ist CapTrader und dafür gibt es ein Masterfile das bekommen sie dann hier können sie hochladen dass sie quasi ganz genau die Oberfläche so aussieht wie hier und dann erkläre ich ihnen wie sie alles im Paper Trading Modus einrichten können Optionen üben verstehen im Paper Trading Modus wie sie die Order eingeben was sind gute Handelszeiten dann kommen die ganzen Grundlagen also wirklich die Basics was ist ein Put was ist ein Call warum nehmen wir nur Puts und keine Calls Optionen aus dem Geld im Geld die ganzen Grundbegriffe wie gewinnen wir über den Zeitwert Verfall die Volatilitäts Indizes alles wird erklärt das Delta zur Steuerung der Trades Money Management Risiko Management und solche Sachen und dann kommen die wichtigsten Strategien die sind dann erklärt Parameter für Parameter und begleitend zu dem Optionskurs gibt es noch drei Webinare und die sind auch alle hier abgelegt es gab jetzt schon zwei aber ich werde immer wieder neu machen für die neuen Kunden dass sie drei Webinare haben da können sie alle Fragen stellen also gab schon das erste am 30. Oktober das zweite am 22. Januar und dann gibt es hier natürlich auch einen ganz ganz großen Hilfe Bereich zum Beispiel Optionen auf Rohstoffe was da für Regeln gibt und all solche Sachen genau und jetzt warte ich mal auf Ihre Fragen zu den Optionen Ja dann mache ich mal das Fragen Feld mache ich mal auf am Anfang ist mir das ja übel aufgestoßen dass du Silber so schlecht gemacht hast Ich habe das nicht schlecht gemacht mache in meinem YouTube Kanal ganz ganz viele Videos zu Silber und Gold und ich habe auch selber übrigens physisches Silber gekauft vor zwei Jahren und ich bin langfristig sehr optimistisch weil wir von der Inflation her und von allem ist es ein sehr gutes Mittel zum Werterhalt und wenn wir mal 10 20 Jahre schauen bin ich mir sicher dass Silber höher steht aber hier geht es ja darum quasi wie verdienen wir Geld in 6 Monaten und in 12 Monaten und Silber dümpelt halt einfach seitwärts und wenn jetzt zum Beispiel die Zinsen nicht runter kommen jetzt sehen wir gerade der Arbeitsmarkt war stark die Zinsen bleiben oben dann drückt es weiter noch auf das Silber und auf das Gold und es hat einfach im Moment noch nicht das Momentum noch nicht also vielleicht kommt es demnächst bald und dann werde ich da auch wieder positiver sein aber ich halte Martin was sagst du also ich sag mal stillhalter geschäft ist ist halt eine gute ergänzung man muss ja nicht selbst wenn man das nebenbei macht irgendeine aktie die einem gefällt oder weil wir jetzt gerade so geschraubt da schaue ich immer gerne drauf junior mining werte und dann ich mein Gott kaufen tue ich das jetzt nicht aber ich verkaufe put drunter und wenn das tatsächlich fällt für ja ich stimme dir weitgehend zu also das ist einfach wenig korreliert wenn wir hier zum bsp 510 2022 ist der ja so stark gefallen 2023 wieder gestiegen und das Optionsdepot 2022 2023 ist die ganze Zeit gestiegen das heißt mit den Optionsstrategien habe ich wenig Korrelation zu den Aktien und deswegen finde ich es eine gute Ergänzung wenn man zum Beispiel so ein Firearm Depot hat mit den Aktien oder einfach ein fundamentales Depot mit Rohstoff Aktien Uran Silber was weiß ich was und dann hat man einfach hier eine geringe Korrelation und es ist einfach die Optionen haben den Vorteil dass sie einfach in den 90% der Fälle gewinnt man und man muss einfach nur diese Verluste die dann teilweise größer sind das sind dann wirklich diese Einschläge hier die muss man dann einfach mit dem Kapital mit dem vernünftigen Management so aushalten und dann geht es einfach wieder höher wenn man das ganz klar umsetzt und ich glaube die Optionen die sind mehr in das Bewusstsein gekommen der Trader weil sich auch mehr Leute fortbilden und sich damit beschäftigen und es gab auch vor 20 Jahren schon Optionen und es waren halt immer die Profis die sich damit beschäftigt haben die da das Geld verdient haben und vielleicht kam das noch nicht so viel an die Öffentlichkeit aber also die Vorteile liegen ganz klar auf der Hand diese niedrige Korrelation und weil es halt einfach funktioniert aber man muss es halt lernen es ist kein Selbstläufer wie nichts an der Börse man muss wissen was man dabei tut Ja stimmt das ist ein fairer Hinweis weil früher war das ein reines Profi-Werkzeug und da kam man als Privatanleger gar nicht in die Verlegenheit irgendwie Putz zu verkaufen oder ähnliches zumal die 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 Ordergebühren vor 22 Jahren die müssen ja auch enorm gewesen sein also richtig noch an die Broker von früher ich weiß noch weil da war Main Financial da war ich bei so einem Broker in Bad Homburg Direkt AG kennen sie die zufällig Konservativ Konzept und dann gab es Main Financial und die haben irgendwie so 70 Dollar Commissions pro Trade und dann habe ich immer mal Interactive Brokers gesehen und das ist ja im Endeffekt heute Cap Trader und die waren so unglaublich viel günstiger und auch von den Kontoauszügen von allem besser und das also im Endeffekt bin ich jetzt ja schon wenn man so sieht 25 Jahre bei Cap Trader oder bei den Vorläufer der Oliver hat eine Frage und zwar eigentlich der will auf Nummer sicher gehen dein Angebot mit einem Euro das ist für den ersten Monat das ist normal zu kündigen nehme ich mal an ja also du kannst wirklich jetzt für einen Euro bestellen und gleich wieder kündigen finde ich jetzt zwar nicht toll aber das ist einfach in dem Angebot mit drin dann hast du das mal gesehen und wenn es was für dich ist dann kommst du vielleicht später mal wieder drauf zurück oder du bleibst dabei aber du kannst es einfach bestellen und auch direkt wieder kündigen genau und ansonsten verlängert sich immer einen Monat nur und du kannst auch im zweiten und dritten Monat kündigen im zweiten Monat ist dann 39 statt 49 und es bleibt auch immer 39 während wenn man sitzt außerhalb von diesem Angebot kommt man nur für 49 rein also ich mache das immer so alle paar Monate mal so eine Aktion wie heute mit CapTrader wo man dann für 1 Euro und dann für 39 reinkommt Der Alexander hat eine Frage so getrennte Depots sind aber nicht kapitaleffizient oder für die hinterlegte Margin zahle ich und so und so fort ja da hat er recht denke ich mal der Alexander also ich sage mal wenn man ein kleineres Depot hat und nicht eine saubere Trennung haben möchte ja dann würde ich wahrscheinlich auch ein Depot zu raten was sagst du aber es gibt halt immer Leute die wollen eine saubere Trennung haben ich bin komplett ja ich bin kompletten Freund von einer sauberen Trennung und je länger ich in dem Geschäft bin umso mehr liebe ich diese Trennung weil ich schalte hier die Plattform an und es sind jetzt schon sechs Position aber ich weiß jetzt ganz genau was ich hier tue und wenn ich dann ins Feierabend Depot gehe dann sind es 15 Aktien und da weiß ich auch ganz genau was ich tue und das läuft einfach wenn ich die jetzt alle gleichzeitig hier drin hätte dann kann ich auch die Parameter nicht mehr so genau schauen ich will ja gucken ich will jetzt zum Beispiel dieses Depot steuern über den Margin dass ich hier nur die Hälfte ausgelastet habe jeder immer selber wissen was wo er sich am wohlsten fühlt ich liebe diese Trennung weil das für mich einfach den kompletten Überblick verschafft und das ist so stressfrei während wenn man alles in einem Topf hat für mich ist Überblick im Leben generell so ein wichtiges Prinzip also nichts komplizierter zu machen als es ist und da habe ich da lieber an einer Stelle ein bisschen weniger Geld aber es ist für mich einfach umzusetzen das ist für mich ein ganz wichtiges Prinzip ja da bin ich dann dürftest du mein Depot nicht sehen also ich bin bei dem anderen Camp ich will du hast nur eine Aktie drin ja vielleicht die richtige oder ganz viele ganz ganz viele also bei mir musst du blättern es gibt aber viele Sekunden ja im Prinzip müsstest es echt mal ausmisten weil so eine Zahl von 10 bis 20 da hast einen Überblick aber das ist halt so das hatte ich früher auch mal du denkst du findest noch was schönes und nimmst das dazu und das und das aber du kannst später gar nicht mehr wissen warum du die gekauft hast und dann müsstest dich mal ungefähr von dem ganz also sondern nur noch dann 15 oder 20 drin halten und dich lieber auf die dann fokussieren ja das ist auf jeden Fall ratsam aber ich habe nicht nur die poleicht da drin das gilt auch ich habe Optionen und dann unterschiedliche Laufzeiten unterschiedliche Basispreise und dann hast du auf einen Wert direkt 10 Stück also wenn wir bei Optionen bleiben kann das auch gut funktionieren ja ich sage nur ich habe weniger Übersichtlichkeit als du auf jeden Fall aber der Leo hat eine Fachfrage und zwar fragt er dich was bringt denn mehr an Rendite Shortput oder Strangle oh ich finde es beides gut der Shortput oder der Strangle also ich sage mal so der Strangle war 22 hier in dieser ganzen Phase hatte ich glaube ich 10 Strangles und alle haben geschafft in den Profit am Ende zu gehen und dann war November und das war also jetzt bin ich ausgelobt und dann war November und dieser letzte Drawdown das war halt gerade weil Russell Strangle in den Verlust gegangen ist weil da Russell im November extrem gestiegen ist und dann ist die Callseite in den Verlust gegangen und ich denke die sind so ähnlich weil der Short Put es sind ja hier auch beim Strangle sind es auch Short Puts und Short Calls aber du hast halt beide Seiten also das geht hier ein bisschen schneller weil du beide Seiten hast von daher würde ich sogar sagen wahrscheinlich dass die Short Strangles etwas mehr bringen aber die Puts sind ganz nett weil du kannst damit gut diversifizieren und etwas mehr auch kleinere Stückelungen machen ja dann ist das mal eine Sache die du in den nächsten fünf Jahren beobachten solltest und dann kommst du wieder mit den Ergebnissen was es bringt mehr Rendite dann haben wir ordentlich Datenlage der Fabian hat eine Frage die kann er sich selbst beantworten aber er hat sie gestellt was halten sie vom Verkauf von Putz Short Spie etc ich vermute mal oder seine Frage ist vollkommen richtig und ich bin derjenige der auf dem Schlauch steht aber ich denke mal es geht ja um Moment um Aktien und nicht um die Indizes oder machst auch mal Spice und andere Sektor ETFs naja schau hier sind ja der Russell Index und der Rohöl das Rohöl ist ja im Endeffekt auch wie so ein Index ist ein Rohstoff aber sind ja keine Rohöl Aktien das heißt da drauf gibt es auch den ETF zum Beispiel beim Russell gibt es den IWM und den kann man auch nehmen für kleinere Konten nur hat er gezeigt dass der auf der Long Seite nicht ganz so gut ist von der Performance her aber ich habe jetzt gerade in dem Paper Trading Modus mein Sohn das war seine Hausaufgabe der hat jetzt immer den Russell Strangle aufgesetzt mit dem Russell Index so wie ich hier der profitablere aber größere und gleichzeitig den IWM das ist die ETF und wir schauen dann mal die Ergebnisse an und heute er kennt sich noch nicht so gut aus er meinte dass die IWM ziemlich gleich gelaufen ist oder teilweise sogar besser zu meiner Überraschung weil eigentlich ist der Russell die Indizes sind die besser sind aber mit ETF funktioniert es auch noch aber ETF sind ja immer die Ableitungen von den Indizes und meistens ist meine Erfahrung dass die wie gesagt auch funktionieren aber immer so ein bisschen schwächer ich glaube der präferierte Grund weshalb man auf ETFs oder Indizes das macht ist dass sie halt nicht so eine große Wohle haben ganz genau die können einem nicht zerreißen zum Beispiel auf der Long Seite nicht so schnell außer es passiert mal so was wie im November dass der Russell da mal 8% oder so macht oder der hat 20% gemacht in paar Wochen dann haben dann haben wir eine längere Frage von einem Kunden und zwar der Heimru guten Abend Herr Jekler ich bin bereits Ihr Kunde und handele sowohl Ihre Aktien als auch den IWI 11 erfolgreich nach wann beabsichtigen Sie die Optionsstrategie in Verbindung mit der Angabe von ihren bevorzugten Papieren Optionen anzubieten ich möchte mir gerne die Zeit für die Auswahl entsprechender Papiere sparen vielen Dank und viele Grüße danke für die Frage also wir wollten das ja schon einführen da gab es ein paar technische Probleme und wir arbeiten da dran und ich bin optimistisch dass es die nächsten Monate spätes also ja die nächsten paar Monate sehr wahrscheinlich im Feierabend Depot kommen wird dass wir das um die Option erweitern wir sind da dran am arbeiten aber ich kann es noch nicht hundertprozentig versprechen ja jetzt für Leute wie mich die nicht aufgepasst haben was spricht der Kunde danach also ich kriege zum gleichen Preis vom Feierabend Depot nicht nur die Aktien sondern auch deine Optionsstrategien oder was meint er denn da ja ja das sind guck hier habe ich einen Videokurs wo ich die Strategien erkläre und mit dem Videokurs findet der Kunde aber immer noch selber seine Aktien also der Kunde hat jetzt diese AMD Crowdstrikes No die habe ich ja jetzt im Depot in meinem Optionsdepot die habe ich selber gefunden aber die Kunden haben hier andere Werte die haben zwar meine Strategien aber dann gehen die quasi los und suchen sich selber Aktien nach bestimmten Vorgaben aber das müssen nicht unbedingt die sein trotzdem funktioniert das aber was kommen wird dass ich quasi so wie beim Feierabend Depot sage ich denen ja quasi aktuelle Position diese ganzen hier sind drin und das sind ja keine Empfehlungen aber die Strategien schlagen jetzt diese Aktien vor und hier werden wir das dann ein Knopf dazu machen Optionen in denen ich grob die Strategien erkläre nicht so detailliert wie in dem Videokurs aber grob wie das funktioniert und wie die Kunden das hier umsetzen können und sie bekommen dann Vorschläge das meint der Kunde darauf wartet er dass quasi wenn jemand den Options Kurs schon hat weiß wie das Ganze funktioniert im Prinzip aber er bräuchte noch etwas Sicherheit also einfach ein paar Vorschläge was hat jetzt die Urbahn da gerade gekauft so ist das gemeint da wird quasi noch zusätzlich Service in das Feierabend Depot mit reinkommen und wahrscheinlich werden dann die Finanzkunden den gleichen Preis bekommen aber insgesamt wird es wahrscheinlich ein bisschen teurer weil ja dann auch Mehrwert reinkommt aber das noch nicht ganz durch die Harriet hat eine Frage zu dem Optionskurs und zwar sie besitzt Grundkenntnis im Optionshandel ja dann die grundsätzliche Frage wenn sie das hinzubucht zum Feierabend Depot wobei der Optionskurs sein Optionskurs ist ja Standalone der hat ja mit dem Feierabend Depot was zu tun sie hat aber eine Frage also zum einen das Feierabend Depot das können sie separat buchen und zum anderen die Frage so jemand wie Harriet hat sie denn noch etwas davon deinen Videokurs zu besuchen hast du da Strategien auf die du eingehst oder sagst du die Harriet ist mit ihren Grundkenntnis Optionshandel schon gut bedient ich hab's jetzt nicht verstanden wenn sie den Optionshandel schon kann die hat gut geniessene Optionshandel und daher die Frage hat's noch einen Mehrwert für sie deinen Videokurs zu nehmen oder ist der wirklich nur für Anfänger ne das hat auf jeden Fall Mehrwert weil ich ja hier die zwei Strategien für Fortgeschrittene ganz genau erkläre ich erkläre nicht nur was ein Shortput ist so wie ich das heute hier gemacht habe sondern der Kunde kriegt hier ganz genau die Regeln wie ich die Aktien finde wie ich einsteige unter welchen Bedingungen und das nicht nur so allgemein gehalten sondern ich erkläre wirklich im Detail auf der Basis von Backtests eigenen Erfahrungen und Literatur welche Parameter hier gut sind und ich habe schon Lob bekommen hier wirklich von Profis also das richtet sich an die Anfänger mit den Grundlagen aber die Profis können einfach direkt mit diesen Strategien einsteigen haben doch was davon so gut dann kommen ja hier Fragen und Fragen rein ich hoffe du hast noch ich wollte auch sagen dass ich hier bei dem Optionskurs auch eine Geld Zurück Garantie auch gesagt aber also wenn jemand wirklich den Kurs kauft und dann komplett unzufrieden ist gebe ich eben auch das Geld wieder zurück ja jetzt ist die Heritage überzeugt du hast noch Sitzfleisch es gibt noch etliche Fragen ok gern ok so dann der Gregor hat eine grundsätzliche Frage Gregor habe ich zweimal ich habe es gibt zwei Gregors ok moment ich muss die richtige Frage von dem richtigen Gregor hier raussuchen und zwar ich finde ich weiß nicht ob es Gregor war aber ne der Alexander war es wie würden die Strategien in einem fallenden Markt sein also Momentum nach unten Leerverkauf im Feierabend Depot was machst du wenn der Markt jetzt peu a peu runter geht geht dann steigt die Strategie aus so wie es 2022 war also wenn wir hier mal her gehen und so ist jetzt im Moment der S&P 500 und der wird die ganze Zeit getrackt und wenn der in den fallenden Modus kommt dann gibt es hier so gleitende Durchschnitte und wenn er da drunter kommt dann werden keine neue Position mehr aufgebaut dann ist man einfach flat das waren wir 2022 schon und das war ganz gut da war halt dann mal eine Zeit lang kein Signal mehr die Kunden kriegen trotzdem noch die Momentum Listen also welche Werte jetzt vorne wären aber die Strategien sind aus dem Markt aber wir haben ja noch zum Beispiel die Strategie IV11 das ist eine Sektor Rotation und im Jahr 2022 war dann der Ölsektor der lief ganz gut und der war dann noch investiert in die Strategie IV11 das ist eine ETF Strategie die habe ich jetzt heute nicht vorgestellt aber in den Bärmarkt Modus fällt am Anfang gibt es dann ein bisschen Verluste weil der erstmal dreht und dann gehen wir aber raus eine Nachfrage von mir wenn der Markt jetzt fällt 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 du bist dann mittlerweile ausgestiegen der du kriegst dann den den Boden kriegst nicht mit das dauert dann wie viele Monate bis du wieder einsteigst unterschiedlich also wenn wir hier zum Beispiel schauen diese 160 Tagelinie hier und dann war hier im Oktober der Boden und dann ist es hier im Januar wieder eingestiegen hat halt so zwei Monate sogar hier ja das hat so paar Monate Verzögerung aber also im Moment sind wir einfach im Markt drin also im Moment stellt sich die Frage nicht so aber klar das kann mal so zwei drei Monate verzögert sein das kommt immer darauf an also jede Korrektur und jeder Bär Markt und jede Trend Wende ist anders Die Daisy hat eine Frage ob die Strategien die du gerade gezeigt hast in deinem Depot nur mit dem Russell funktionieren oder anderen mit anderen Indizes gibt es einen Grund für den Russell drin hast oder hättest auch einen NASDAQ genommen oder einen S&P sehr gute Frage die Backtests zeigen dass der Russell der beste Index ist für diese Strangles und ich funktionieren noch ganz gut aber der S&P 500 und NASDAQ funktioniert weniger gut als der Russell und zudem hat im Moment der S&P 500 einfach zu niedrige Voila das heißt das Chance Risiko ist nicht so gut der Andreas hat eine Frage und zwar zum Feuermt Depot was ist mit der fundamentalen Bewertung der Aktie weil nach sechs Monaten Kurssteigerung könnte die Aktie in der Ausfall Liste verwendet um überbewertete Aktien rauszufüllen aber ich sag mal Andreas hat da am Anfang nicht aufgepasst ist ja egal ob die überbewertet ist wenn die Momentum hat und gut läuft dann nimmst du sie trotzdem oder nein also das Universum was ich habe mit den 1500 Aktien das ist so gefiltert dass da so absolute halsbrecherische Aktien wenn wir jetzt damals an den neuen Markt zurückdenken dass die halt nicht drin sind das heißt die Aktien die im Universum drin sind die sollten zumindest Gewinne machen aber natürlich wenn es zum Beispiel so eine Aktie hat die wirklich Gewinne macht wie Nvidia aber vielleicht die Bewertungen zu hoch sind das wird nicht raus gefiltert aber es wären so völlige Sachen die in diesem 99 2000 Quest drin waren im neuen Markt solche völligen Luft Blasen die werden am Anfang über das Universum wegselektiert Frage Antwort im Bereich ist dazugekommen und so genau ja den können sie dann die ganze Zeit behalten irgendwo hat eine Frage zur Depot Größe du hast ja glaube ich bei CapTrader mit 30k angefangen aufzuzeigen dein Depot aber mit wie viel muss man nennen oder sollte man anfangen für deine Strategien hast du da angehabt ich finde es sinnvoll mit 30.000 anzufangen meinem Sohn habe ich jetzt 10.000 gegeben ich denke das ist schon eine untere Grenze da wird man nicht alles handeln können aber das meiste geht aber ich glaube um es vernünftig zu machen wäre schon so 30.000 ratsam Lothar Lothar ob es zu den Optionen auch dann so eine Dauerbegleitung ähnlich dem Feierabend Depot geben wird oder gibt es gibt es gibt diese Webinare die ich im Moment so alle zwei Monate durchführe wo drei am Anfang inbegriffen sind und da muss ich mal schauen wenn die Kunden dann das vierte bekommen ob die dann für das vierte einfach vielleicht einen kleinen Betrag zahlen können dass sie dann auch dabei sind auf jeden Fall gibt es diese Begleitung und es ist ja geplant dass wir irgendwann mal im Feierabend Depot dann auch noch so in die Signaldienst für die Option dazu nehmen aber es gibt auch jetzt schon die Begleitung über die Webinare Apropos Signaldienst oder so damit wir noch ein bisschen Content haben vielleicht was ist wenn du jetzt in deine Kristallgoogle schauen würdest Put heute vor der Aufgabe bestünde Put zu verkaufen für welche Aktien würdest dich interessieren naja ich habe jetzt gestern Snow und Crowd Strike verkauft es war es natürlich sind jetzt schon 8% im Plus weil wahrscheinlich die Aktien heute steigen aber ich würde einfach nach den Kriterien von meinem Videokurs halt einfach schauen also da gibt es genügend Aktien aber die zwei sind jetzt relativ neu also ein Tag der Crowd zeigt da gibt es auch immer wieder Anrufe von Kunden die das gekauft haben also scheint tatsächlich hoch im Kurs zu sein bei den Anleger im Moment also da ist ein Momentum wert der gerade wirklich am steigen ist Alexander hat eine Frage was sagst du zum ah das ist ja schön ja da sieht man ja in der Tat Momentum ist vorhanden und die Wohler ist die unten ja die Wohler ist unten ja genau darum habe ich die gestern auch geschrieben bei welchem Basispreis hast du die das habe ich dir nicht gesehen den put 240 ja gut und wo steht das seit drei monate ja genau das 70 tage waren das jetzt ja das sieht ja beinahe aus als wenn du so ein bisschen charttechnik machst 240 sieht ja so nach einer unterstützung aus naja also wenn die hier runterfallen würde dann wäre der put schon dann würde ich den wieder zurückkaufen weil das wäre zu teuer es sei denn sie geht ganz gegen Schluss dahin aber normalerweise also wenn die jetzt ich habe ja hier einen Stub also wenn der die würde vorher verkauft ich würde die nie und nimmer bis 240 zurückfallen lassen ach das ist ja eine interessante Geschichte das heißt du lässt sie das Ding gar nicht andienen also du kommst nicht die Verlegenheit für 240 zu haben ok was hast du wo hast du den Stopp gesetzt ich sehe den jetzt gerade nicht meinst du jetzt ein Stopp gesetzt oder mental Stopp ist bei 200% das heißt hier gucke ich einfach auf diese unrealized profit los und da gibt es jetzt keinen handlungsbedarf weil die nicht am Stopp sind alles klar der Alexander hat eine Frage wie gehst du mit der Geldbriefspanne bei Optionen um die sind ja teilweise so groß wie ein Scheunentor gerade bei langer Laufzeit was hast du da eine Strategie oder eine Meinung zu auf jeden Fall also wenn wir jetzt hier zum Beispiel gucken AMD das ist ja eine die ich im Depot habe dann gucke ich mir hier schon an wie die Geldbriefspannen sind sind 1 1 15 zu 1 18 das ist okay und Scheunentor wäre wenn das jetzt 1 15 zu 1 50 wäre dann würde es nicht nehmen und das ist halt auch immer eine Frage dass man wirklich eher liquide Aktien nimmt also Liquidität ist wichtig jetzt gucken wir mal auf Crowdstrike da muss man sich halt die wirklich konkret anschauen das war jetzt zum Beispiel Crowdstrike der was hatten wir 42 put 230 zu 241 das ist auch noch akzeptabel dann kriegt man so einen mitpreis 235 und dann auf jeden Fall soll man da schauen und wenn hier der bid ask zu groß ist dann nehme ich realistisch bei feierabend depot hast du gezeigt aber dein auctions depot was hältst du für realistisch also mein ziel ist 20 prozent pro jahr und was ich jetzt geschafft habe war jetzt mehr eher 30 prozent und ich habe das geschafft mit einer margin auslastung von 50 prozent das heißt wenn du jetzt mit weniger rangehst weniger risiko zum beispiel 10 prozent dann würdest du ungefähr so 6 prozent pro jahr wäre dann realistisch und mit der margin auslastung die ich habe ist schon 20 bis 30 prozent realistisch vielleicht lief es ein bisschen zu gut aber eigentlich im prinzip ist es so möglich der martin hat eine spezifische frage zum etf etf der covered calls verkauft die lasse ich mal ich unterschlag die martin ich habe die gelesen aber ich glaube die strategie von urban die bringt auch mehr als die 9,5 prozent die sie angezeigt haben für diesen etf das problem ist bei diesen etfs das sind immer so produkte wenn die schon die calls enthalten dann sind da meistens irgendwelche kosten drin und das hat dann irgendeinen haken oder da müssen man sich den mal ganz genau anschauen vielleicht ist gut keine Ahnung die da sie hat eine frage zum wieso werden die putz drei monate gehalten der zeit wert verfall findet hauptsächlich gegen ende der laufzeit statt ja ich glaube das 3 monate gehalten werden 30 tage maximal werden sie gehalten die haben laufzeit von ungefähr 70 tagen 50 bis 70 tage und nach 30 tagen werden die liquidiert ungefähr das hatte ich ja zeige ich alles ganz neu aber man hat nichts die leute so ein bisschen was davon haben wenn sie als webinar kommen also großes geheimnis hast du glaube ich nicht der preis gegeben ja so alexander bei trading gibt es natürlich auch sowas okay jetzt haben wir glaube ich wenn ich durch gehe die fragen ich glaube dass der bern hat am anfang eine frage hat mit rohstoffen nicht frage zeichen aber ich habe gesehen du hast bei dem options hast du rohstoff habe ich auch ein eigenes video gemacht zu den rohstoffen ja ich glaube das ist die rohstoffe sind nie verkehrt weil da kann man das ganze ein bisschen diversifizieren manchmal geht ja rohstoff in eine ganz andere richtung als die aktien märkte also man sollte ein auge drauf haben rohstoff und währungs futures als ergänzung whole future japanische jenen und solche sachen rohstoffe sind schon wichtig aber ich würde halt nicht direkt damit anfangen drum habe ich da geschrieben als ergänzung weil es sind schon ein paar sachen die man da beachten muss okay ja dann würde ich sagen die ganzen leute sollen mir das mal nachsehen wenn ich die Einzelfragen ein bisschen verstöckelt hier nicht nicht eingehe aber manches wiederholt sich und manches ist wahrscheinlich mit einer E-Mail besser an dich getan du kannst das ja nochmal einblenden deine E-Mail du bist ja auch gut erreichbar also hier am besten zum Beispiel urban at feierabend minus optionen .de wenn es um die Optionen geht oder wenn es um das feierabend geht urban at feierabend minus depot .de es gehen beide E-Mail Adressen Ja aber ich glaube du antwortest auch auf Aktienfragen wenn es an die Optionen geht Genau auf jeden Fall bin ja dergleichen und auch in der Regel innerhalb von einem Tag versuche Ja das ist doch eine Ansage urban Okay für alle die es noch nicht mitgekriegt haben die Aufzeichnung gibt es sowohl auf unserem Webinar Kanal morgen als auch bei urban selbst auf seinem sehr empfehlenswerten YouTube Kanal also schauen sie vorbei wenn sie noch den Anfang verpasst haben und nochmal oder irgendwas nochmal nachschauen möchten Okay Ja dann bedanke ich mich recht herzlich urban Danke für die Zuschauer die alle so zahlreich dabei geblieben sind bis zum Ende und dann wünsche ich einen schönen Feierabend Ja Feierabend passt doch Ja Dominik danke vielmals für die Durchführung von diesem Webinar Danke auch an CapTrader und vor allem vielen Dank an euch viele Kunden Danke für die ganze Unterstützung über all die Jahre Ich weiß es wirklich zu schätzen und hoffe dass man den einen oder anderen dann mal sieht am Seminar oder Webinar wieder Alles klar Danke Schönen Abend Ciao Ciao